Musik Das Gefühl irgendwie, dass man da 34 Kinder in seiner Jugendgruppe sitzen hat, die alle Spaß haben. Die Leute sind cool und es gibt einfach coole Veranstaltungen hier. Man ist zufrieden, weil man nicht stumpf jeden Tag das Gleiche gemacht hat, sondern mit Menschen arbeiten. Wir sind immer unterschiedlich und somit ist auch jeder Tag verschieden bei uns. Ich mache das, damit ich lernen kann, wie man Leuten hilft und anderen was Gutes tun kann. Und weil man auch Spiele spielen kann und auch tolle Sachen machen kann und neue Freunde findet. Weil mir das Spaß macht und ich gerne Spaß habe, anderen Menschen zu helfen. Das ist halt auch, dass die Jugend wirklich super drauf ist. Das ist wie eine zweite Familie. Man kann mit jedem über ein Problem sprechen und es ist einfach wunderbar. Gott! Untertitelung des ZDF, 2020